Taxifahren wird im kommenden Jahr voraussichtlich teurer. Erste Anträge auf Erhöhung der Taxitarife seien im Landratsamt Bautzen eingegangen. Es gebe Vorschläge, eine Grundgebühr von 2,50 Euro bis 3 Euro und Kilometertarife von 1,50 Euro bis 2,20 Euro zu erheben, heißt es von der Behörde. Ein neuer Tarif könne aber frühestens im Dezember in Kraft treten. Als Grund für die Tariferhöhung von Taxifahren wurde die Einführung des Mindestlohns angeführt. Dieser verteuert eben auch die Dienstleistung am Fahrgast.